Hey Leute! Schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es einfach in diesem Video mal darum, wer denn nun gewonnen hat bei der Verlosung. Und zwar konnte ja einer von euch diese wunderschöne Palette hier gewinnen. Und wenn ihr wissen wollt, wer diese Palette gewonnen hat, dann bleibt jetzt dran und viel Spaß mit dem Video. Also erst einmal ganz, ganz lieben Dank für eure zahlreichen Kommentare. Es waren wirklich unglaublich viele, die mitgemacht haben. Ich hätte das gar nicht gedacht, dass ihr euch da so drüber freut, dass sowieso viele mitmachen. Also erst einmal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr alle so lieb mitgemacht habt, dass ihr so liebe Kommentare geschrieben habt. Also ganz, ganz lieben Dank an euch alle. An alle die, die nicht gewonnen haben, bitte seid nicht traurig. Es wird in der nächsten Zeit noch die ein oder andere Verlosung geben. Und zwar ganz bald. Also es werden noch viele Verlosungen hier folgen auf meinem Kanal. Also seid nicht traurig und macht fleißig wieder mit und kommentiert. Und vielleicht gewinnst dann du auch schon beim nächsten Mal. Und schreibt mir doch auch gerne mal hier unter dieses Video, was ihr bei mir gerne gewinnen möchtet. Vorab nur noch der kleine Hinweis, ich werde nicht gesponsert von irgendwelchen Firmen. Ich bekomme also nicht das allerleuste iPhone zugeschickt und kann es an euch verlosen oder auf ein iPad. Aber vielleicht fallen euch ja so andere kleine Sachen ein, die ihr gerne gewinnen möchtet. Dann schreibt mir das gerne mal. Kommen wir jetzt endlich zu dieser wunderschönen Palette hier, die einer von euch gewinnen konnte. Und zwar habe ich das jetzt so gemacht, oder ich werde das so machen, dass ich die jetzt noch einmal bestelle. Ich habe sie jetzt nicht zweimal bestellt, weil ich wollte sie ja auch selber erstmal testen, ob sich das überhaupt lohnt, die Palette zu verlosen. Und zwar werde ich das so machen, dass ich das bestelle und dann direkt zu euch liefern lasse. Und nur die Rechnung quasi zu mir kommt, beziehungsweise ich werde auch im Voraus bezahlen. Also mach dir da überhaupt keine Gedanken, es ist alles bezahlt. Wenn dann also ein Paket von BH Cosmetics kommt, dann ist das quasi von mir. Also das war noch so eine kleine Info, die ich jetzt unbedingt noch loswerden musste, damit du dich nicht wunderst. Und jetzt kommen wir auch endlich zum Gewinner. Und gewonnen hat die liebe Tabitha. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen jetzt richtig aus. Wenn nicht, dann tut es mir leid, aber ich werde den jetzt einfach nochmal einblenden. Herzlichen Glückwunsch! Und zwar kommt in den nächsten Tagen diese wunderschöne Palette endlich zu dir. An alle anderen, wie gesagt, nicht traurig sein. Macht einfach bei der nächsten Verlosung mit. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann einfach ein Abo dalassen und das nächste Video nicht verpassen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao! Und zwar, was möchtet ihr denn alles noch gewinnen? Gewinnen? Dass die Verlosung so, so gut bei euch ankommt. Und ja, halt, ne? In der nächsten Zeit... Ja, in der nächsten Zeit halt, ne? Ich wollte das mit Geräusch. An alle, die nicht gewonnen haben, bitte seid nicht traurig. Es wird in der nächsten Zeit... Ich kann euch leider kein tolles iPad... Das kann ich euch nicht schenken. Aber das andere vielleicht schon. Vielleicht fallen euch ja irgendwelche anderen Sachen ein, die ihr gerne mal verlosen möchtet. An mich! Vielen lieben Dank für die ganz, ganz lieben, tollen Kommentare. Ja, genau.